Das ist die Startelf-Prediction zur Europameisterschaft. Gruppe B, Spanien mit Diago 90, bekommt ihr den Überblick. Spanien ist für mich einer der Wundertüten des Turniers. Von den unglücklichen Vorrunden aus bis zum Endspiel ist da eigentlich alles drin. Es ist Weltklasse im Kader, enormes Talent, aber eben auch große Fragezeichen. Sportlich ist das Team von De La Fuente durch die Quali durchgecruised. Es gab nur eine Niederlage gegen Schottland. Dazu eine extrem erfolgreiche Nations League mit dem Sieg abgeschlossen. Im Halbfinale die Italiener geschlagen, im Finale Kroatien. Übrigens bei der EM in der Gruppe B. Dazu die Albania. Das klingt nach einer Gruppe mit Stolperpotenzial. Luis De La Fuente, 61 Jahre alt. Er ist der Trainer, ein unbekannter Name im Weltfußball. 4-2-3-1 Spielsystem. Bei der U19 und der U21 der Spanier schon den ein oder anderen Erfolg vorzuweisen. Ansonsten noch nirgendwo aufgetaucht. Bei den Torhütern, da zeichnet sich ein Zweikampf um den Platz zwischen den Pfosten ab. Zum einen Unai Simon, er bis jetzt die Nummer 1. Auf der anderen Seite der Durchstarter vom FC Arsenal. David Raya, schon 28 Jahre alt. Von Brentford zum Premier League Spitzenklub ausgeliehen. Champions League jetzt gespielt. Extrem häufig zu Null. Kasten wird sauber gehalten. Athletisch auf der Linie, gut mit dem Fuß. Er bringt das Komplettpaket mit. Deshalb unsere Nummer 1. In der Innenverteidigung möchte De La Fuente diesen klassischen, robusten, kompromisslosen Innenverteidiger. Da haben wir Aymeric Laporte und Robin Lenormand. Ein Pauco Basis, Riesentalent. Das wird sich erstmal hinten anstellen müssen. Linksverteidiger. De La Fuente möchte offensive Wingbacks. Ein Königreich für Alex Grimaldo. Sehe ich auch vor Barca's Balde. Auf der anderen Seite Rechtsverteidiger Dani Cavajal mit seinem Herz, mit seiner Champion-Mentality. Für mich ein No-Brainer. Auch vor Pedro Porro und vor dem ewigen Jesus Navas. Die 6 ist das Punktstück der Spanier. Da müssen wir nicht groß drum herum reden. Mit Rodri, einfach den derzeit besten haltenden Sechser der Welt. Daneben die Frage, willst du es defensiver? Dann nimmst du Martin Subimendi von Real Sociedad. Willst du es offensiver? Und dafür plädiere ich Pedri vom FC Barcelona. Deswegen auch Platz auf der 10 für Dani Olmo von der RB Leipzig. Der dreht nochmal ganz anders auf. Zuletzt beim 3 zu 3 gegen Brasilien gesehen. Ein Traumtor. Guckt es euch an. Auf der rechten Seite dann in der offensiven Dreierreihe. Lamin Jamal. Und hier beginnt für mich so ein bisschen das Problem, das die spanische Nationalmannschaft hat. Diese Durchschlagskraft. Diese Unterschiedsspiele auf konstant hohem Niveau. Die haben die Spanier derzeit nicht. Ein 16-jähriger Jamal bekommt da schon viel zu viel Verantwortung. Der kann eher nur teilweise gerecht werden. Ist doch klar auch in dem Alter. Der hat unfassbar magische Momente. Aber natürlich bekommt er die noch nicht über 90 Minuten, über potenziell 7, 8 Spiele auf den Platz gebracht. Auf der linken Seite die Frage, willst du Pace, willst du Tempo? Dann nimmst du Nico Williams. Oder willst du mehr so diese Erfahrung und Spielmacherqualität? Dann Mikel Ojasabal von Real Sociedad. Ich gehe hier für Ojasabal. Und vorne drin hast du Alvaro Morata, der Kapitän. Über 30 Jahre alt. Immer noch dieses Effizienzproblem bei den Großschossen. Aber auf diesem Niveau natürlich auch jemand. In den steckst du Vertrauen. Der kann anführen. Der kann dann auch mit seiner Robustheit Räume freimachen. Das ist in Ordnung. Allerdings auch verglichen mit den anderen Nationen. Mit England, mit Kane vorne. Mit Frankreich, mit Mbappé vorne. Nicht top notch. Zusammengefasst werden die Spanier durch die Gruppe kommen. Albanien muss geschlagen werden. Kroatien, da muss aufgepasst werden. Italien, Turniermannschaft auch immer auf der Rechnung haben. Da werden sie durchkommen. Ich glaube aber, übers Halbfinale geht es nicht hinaus. Weil eben im Vergleich zu Deutschland, England und auch Frankreich der absolute Top- und Unterschiedsspieler in der Offensive fehlt. Jetzt seid ihr dran. Schreibt uns doch mal. Wie weit wird Spanien kommen? Was traut ihr der Mannschaft von Luis de la Fuente zu? Wen sollte er mitnehmen? Schreibt es in die Kommentare. Lasst uns ein Abo da. Und verfolgt uns vor allen Dingen. Wir geben euch hier den Überblick über die EM. Vamos! Schreibt es in die Kommentare.